Ja, liebe Freunde, um XRP herum gab es natürlich jetzt nochmal ein bisschen Pump und wir wollen natürlich herausfinden, wo sind die nächsten Levels für uns. Wir haben unsere Publisher-Targets abgeholt, sogar überschossen. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, gibt es eine leichte Korrektur oder geht es weiter nach oben? Das Ganze will ich heute mit euch herausfinden, natürlich auch Ethereum und Bitcoin im Schleppdaum. Also haltet schon mal hier den Daumen bereit und natürlich gerne auch den Abo-Button. Wir sehen uns nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, wir starten hier im Daily Chart von Bitcoin. Wir sehen, in der RSI gehen wir wieder langsam hoch in die Close-Zone hinein. Das bedeutet, wir sind wieder in einem übergekauften Markt. Muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es vor allem um Long-Einstiege geht. Wir sehen, dass wir hier bereits schon wieder langsam aber sicher eine Abschwächung der bärischen Kraft sehen. Und wenn wir einen bullischen Cross auf der bullischen Seite sehen, wird es nicht so enorm effektiv sein, wie wenn wir natürlich darunter wären. Das bedeutet auch, reflektiert sehr, sehr gut das Volumen hier oben. Das ist dementsprechend eher bescheiden. Und trotzdem steigen wir aktuell natürlich nach oben. Was wir sehr gut erkennen können, ist auch, dass der Widerstand für all die, die sagen, ja, Widerstand, Support, das sei ja nur lächerlich. Sehen wir, wie gut das funktioniert und wie schön, dass wir auch in die Gewinnzone eingetreten sind. Hier sehen wir dann gleich im Vier-Stunden-Chart noch ein bisschen spezieller. Aber aktuell erarbeiten wir sehr, sehr gut unser dementsprechender Chart aus. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Passt aktuell eben auch dann bis zum 1. April und eben auch 23. April kann es nochmal relativ volatil werden. Und das ist für uns natürlich dementsprechend wichtig, weil wir immer noch jetzt aktuell eben auch die Story haben mit dem Thema von der CFTC mit Binance zusammen. Und wenn ich das aktuell grösste Volumen nehme, was ich hier aktuell sehe an dieser Candle hier unten, das reflektiere auf mein Pattern, das auf das Mögliche. Also ich nehme dann jetzt hier aktuell die Mitte dieser Periode, nenne ich jetzt mal, den Ausbruch sehe. Dann weiss ich, okay, wir hätten die Möglichkeit tatsächlich nochmal tiefer zu fallen. Wir haben ein Target ausgerechnet bereits, das zwischen 14.000 Dollar und 16.800. Die Range ist noch relativ groß, das kann man dann immer ein bisschen filetieren, sobald wir in die richtige Richtung gehen. Aber wir hätten hier Target 1, 2 und 3. Die bleiben weiterhin bestehen, hätten auch hier noch den grösseren Pullback. Hier oben haben wir noch einen Pullback. Und immer gesehen passt es sehr gut. Können wir so stehen lassen und uns natürlich dementsprechend weiter orientieren. Wir haben zwei wichtige Winkel-Supports. Der eine ist der 25er hier nach oben. Der ist schon fast auf einer Kreuzung mit dem 0,5er aus der kleinen bärischen Sicht. Und wir haben nochmal den roten Winkel, das 0,5er. Hier wäre eigentlich der stärkste Support dann zu erwarten. Aktuell natürlich rund zwischen der S1 und der S2. Das werden wir noch sehen. R1 hält aktuell wirklich sehr, sehr gut. Wir haben, glaube ich, von der Chart-Analyse her alles richtig gemacht, passt, das Pattern perfekt erkannt und gehen natürlich dementsprechend weiter. Aufpassen immer auf das Volumen. Und im 4-Stunden-Chart sehen wir das relativ gut. Wir sind hier in diese Box rein. Ich habe euch das gestern auch nochmal über die Telegram-Gruppe mitgestellt. Mitgestellt, mitgeteilt. Und auch hier müssen wir natürlich sehr gut aufpassen. Also wir sehen auch hier, geht der Weg langsam wieder Richtung RSI nach oben in den übergekauften Markt. Wir haben aktuell einen Bullischen Cross gesehen, der nach oben kommt. Das habe ich dann hier drin irgendwie verdingselt. Und wir sehen gleichzeitig auch hier einen möglichen Cross auf dem goldenen Schnitt der MICD. Hier kommt entsprechend ein gewisses Volumen rein. Kendall geht noch acht Minuten. Dann sehen wir natürlich, wie es dann weitergeht. Für uns ist aber auch ganz wichtig hier, ich habe hier bereits schon dieses bärische Target vorbereitet. Das nehmen wir aus der letzten Sequenz. Das heisst, hier gab es wieder eine neue Wellenbewegung. Hier gehe ich rauf, ziehe es runter, gehe wieder nach oben. Zum aktuellen Bereich, ihr seht, passt es perfekt, auch vom 0,5er her. Das wäre genau der Rückschlag nach dem abgeholten Target, was wir gesehen haben. Wenn wir da runtergehen, wird es natürlich nochmal sehr interessant. Das aus der 4-Stunden-Brille, also auch das ist natürlich wichtig. Das wäre nochmal die 4-Stunden-Brille aus dem, was wir bereits gemacht haben. Vom Daily brauchen wir also nicht. Wie sieht es aus bei Ethereum aktuell? Ethereum ist natürlich und bleibt natürlich ebenfalls eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir sind hier aus diesem überdimensionalen, symmetrischen Dreieck nach oben ausgebrochen. Wir sehen auch wunderschön, dass wir hier einen Retest gemacht haben auf der oberen Trendlinie, was uns nochmal die Kraft gegeben hat, weiter nach oben zu kommen. Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen vergrößert und ein bisschen aufzoomt, damit wir ein bisschen Fleisch am Knochen kriegen, haben wir auch schon hier das 0,5er und eben auch das bärische Target hier. Also auch hier muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, denn was natürlich nochmal passieren kann, wir haben hier mit dieser Sequenz die alte überschritten. Das bedeutet, es ist eigentlich schon eher ein bullisches Signal. Wir sehen auch die bullische Kraft, aber wir bleiben weiterhin natürlich auch hier mit der RSI auf Richtung überkauft. Also wir sind noch nicht da, aber ist die Richtung da? Das ist jetzt natürlich die Frage, werden wir es schaffen, dieses High hier zu übertreffen? Dann würden wir natürlich einen schönen Trend nach oben sehen, was natürlich für uns alle sehr, sehr interessant wäre. Dazu könnte man natürlich jetzt entweder mit dem Pitchfork oder eben auch mit dem FIP-Kanal. In dem Bereich würde ich sogar sagen, die Pitchfork würde gegebenenfalls eher den Bereich hier abschneiden. Das wollen wir natürlich nicht. Aber hier mit dem FIP-Kanal gehe ich zur untersten Sequenz, bevor wir angefangen haben nach oben auszubrechen. Das bedeutet, dass ich hätte dieses Lower Low oder, was man auch nutzen kann, das wäre sogar noch, meiner Meinung nach, teilweise viel besser wäre, das letzte Lower Low, was wir hatten. Wenn wir das hier zur Verfügung nehmen und wir gehen rüber zum aktuellsten Lower Low, ziehen das dann dementsprechend hoch zum Higher High, das war das hier in dieser Sequenz, dann sehen wir, wie sich Ethereum aktuell natürlich verhält. Also wir sehen, wie wir nach oben kommen. Nichtsdestotrotz gäbe es eine Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nochmal nach unten ausbrechen würden. Wenn nicht, würde natürlich eben hier das 0,5er dementsprechend auf dieser Linie hier relativ gut halten. Auch hier ist es ähnlich wie bei der Pitchfork, die unteren Akkumulationszonen der Bullen hier in dieser Linie, das ist eigentlich immer ein bisschen der Weg der Gänge, wo man nach oben geht und dann eben in der roten Zone hier aufpasst, dass es kein Pullback gibt. Ansonsten wäre ein Durchbruch nach oben in die goldene Zone natürlich eher wahrscheinlich. Aktuell haben wir also eine Möglichkeit, auch Bullisch zu sein, nicht nur im bärischen Sinn. Wenn wir jetzt das Ganze mit dem FIP-Kanal abgleichen, um uns einfach nochmal ein Bild zu machen, wo könnten wir denn mit unserem Target hinkommen durch die schönen Wellenbewegungen, die wir gerade gemacht haben, dann mache ich eigentlich das Gleiche, wie wir es hier gemacht haben, um ein Bullisches Target herauszufinden, sehen wir, dass es eine relativ gute Chance gibt, in dem Bereich von 2.050 Dollar bis 2.128 Dollar zu kommen. Das wäre aktuell eine eher schönere bullische Ansicht, hier nach oben zu kommen. Das wäre also machbar. Was ich hier dann aber auch noch brauchen würde, ist natürlich, damit ich mich dementsprechend ein bisschen einplanen kann. Zu diesen beiden Zonen wäre natürlich hier jetzt nochmal eine übergeordnete FIP-Zone. Das bedeutet in grösseren Abständen, das wäre dann auf den 5. April. Aber wir haben hier ja nochmal eine Möglichkeit gehabt, wo wir vom High-Ride zum neuen Low und Low gehen. Auch das wollen wir natürlich gerne mitnehmen und dann sehen wir das ein bisschen filetierter. Und die Ansicht ist für uns vielleicht sogar ein bisschen einfacher zu verstehen. Also wir sehen auch hier, ab 3.100 passt zu Bitcoin, zum 1. April kann es dann nochmal in eine gewisse Richtung gehen. Also das ist ganz wichtig, dass man als Analyst jede Wahrscheinlichkeit nutzt. Wir haben jetzt ein bärisches Target, wir haben ein bullisches Target. Die beiden halten wir natürlich dementsprechend auf dem Radar. Bullisch wäre tatsächlich möglich zwischen diesen Fragmenten, wenn nicht sogar zwischen 3 und 5. Aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Langfristig gesehen, aktuell sieht es tatsächlich nach einer bullischen Situation aus. Dann XRP. Ich habe es ja bei den News gesagt, durch die CFTC mit der Klage an Binance unterstreicht die CFTC nochmal, dass es sich bei Bitcoin, Litecoin wie aber auch Ethereum um Ware handelt. Das widerspricht der Aussage natürlich der SEC. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es hier aktuell aus? Also geht es hier weiter oder war es das mit uns? Also aktuell kriegt natürlich jetzt Ripple enormen Aufwind. Durch die Community, durch ihre Fans kann man sagen. Wird natürlich interessant. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass CBDC immer noch relativ stark im Fokus ist. Ein Mitbewerber von Ripple und gleichzeitig eben auch Swift. Da muss man aufpassen, dass man sich natürlich dementsprechend nicht die Finger verbrennt. Wir sind also aktuell in einem absoluten übergekauften Markt. Wir sehen die Kurve hier von der MECD, die schon fast einer Skischanze gleicht. Auch hier wird es langsam aber sicher ein bisschen gefährlich. Aktuell jetzt einfach blind weg in einen Long einzusteigen, würde ich euch nicht empfehlen. Wir haben diese beiden Targets, habe ich euch schon mitgeteilt gehabt. Das erste wurde schön abgeholt, das zweite übertroffen. Und jetzt stellen wir uns natürlich jetzt mal darauf ein, okay, was sehen wir bei Ripple? Was haben wir für Möglichkeiten, das ein bisschen einzuordnen? Ich würde sogar tatsächlich sagen, wir machen das gemeinsam im Daily. Weil wir ja gerne bei Ripple sowieso ein bisschen langfristiger sehen wollen. Und jetzt sehen wir sehr interessant, dass wir aktuell hier so eine Art Double Top bilden, aktuell zum Candle vom September 22, also am 23. September 22 und hier aktuell so eine Art Double Top. Was sehr gut ist, muss man aktuell sagen, ist, dass wir diese Sequenz hier jetzt quasi abgearbeitet haben. Wir haben die Wellen hier gemacht, immer tiefer Tiffs gebildet und sind jetzt wieder nach oben gekommen. Wenn man jetzt denkt, man hätte hier bei knapp 29 Cent gekauft, hätte man jetzt schon fast verdoppelt. Ich muss sagen, ich habe immer noch das Glück, dass ich mal bei 17 Cent eingekauft habe. Bei Ripple ist das relativ eine gute Menge, wo ich zufrieden bin. Ich muss nicht akkumulieren, ich kann es einfach laufen lassen. Aber nichtsdestotrotz ist für uns natürlich jetzt wichtig, wo kann die Reise hingehen. Und aktuell ist es tatsächlich so, wenn wir das Ganze aus der bärischen Sicht anschauen, dann haben wir ein Target, das uns nochmal zurückschiessen kann. Im Daily gesehen, also ein bisschen mit der übergeordneten Brille. Dann wäre ein Rückschlag von 33 Cent bis 37 Cent nochmal machbar. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, vielleicht ein bullisches Szenario zu sehen. Also was heisst vielleicht, wir haben nochmal die Chance. Wir werden aber jetzt erstmal die bärische Sicht kurz nochmal wiedergeben. Also auch hier mit dem 0,5er, was uns natürlich ebenfalls wichtig ist. Dann können wir die bärische Sicht mal für uns weglassen. Und jetzt nehmen wir die bullische Sicht. Wir haben hier einen Tief gebildet, hatten hier ein schönes High. Und gehen nochmal hier auf diese Sache hinunter. So, jetzt haben wir das normale Bullish-Szenario, wurde hier ja schon abgeholt. Aber wir haben hier oben noch ein übergeordnetes. Das übergeordnete liegt tatsächlich zwischen 0,79 und 0,75 Dollar. Das wäre aktuell eine sehr interessante Periode. Jetzt habe ich in den News auch gelesen. Oh, schau mal, wir haben das übrigens schon mal ähnlicherweise angezeichnet gehabt. Nehme ich weg. Das, viele mir gesagt haben, ja bei 57 Dollar Cent sei aktuell Schluss. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie kommen die aus diesen 57 Dollar Cent? Das ist eine berechtigte Frage. Wenn wir jetzt hier das Ganze anschauen. Wir haben jetzt eigentlich einen schönen Kanal. Ja, also mit Lower Lows hier, ziemlich auf gleichem Höhe und einem Higher High. Also ist es eher ein Seitwärtskanal. Dass wir das jetzt nicht verstörend machen. So, jetzt hätten wir es richtig. Den Trendkanal, den wir hier natürlich noch haben, da ist natürlich jetzt immer auch sehr, sehr wichtig. Ja, wir machen da noch ein bisschen Schnitt rein. Und damit gefällt natürlich die rote, gelbe Farbe nicht. Dieser mittlere Schnitt ist natürlich noch wichtig. Passt zum 0,5, wie ihr seht. Das ist aber jetzt nichts Aussergewöhnliches. Das ist ganz, ganz normal. Wenn man jetzt kommt und sagt, okay, ich will natürlich für mich jetzt auch nochmal die Möglichkeit sehen, in welcher Seite es ist. Wir sehen einen bullischen, ein Trendkanal kann nach oben wie auch nach unten ausbrechen. Also ich habe hier das höchste bullische Signal gehabt. Spielt auch hier keine Rolle beim Trendkanal. Müsste ich keine Ahnung sagen, ob man es nach vorne oder hinten macht. Das ist einfach Macht der Gewohnheit. Das ist immer die gleiche Höhe. Also man könnte das jetzt nach oben und wir könnten es nach unten setzen. Nach unten würde es wenig Sinn ergeben, weil wir dann so ziemlich auf dem Nullpunkt wären. Ja, ja, gut. Wäre jetzt nicht das erste Projekt, das auch schon gescheitert wäre. Aber hier wären wir dann bei 0,02 Cent. Da würden, glaube ich, viele weinen, wenn wir da runterfallen. Gibt aktuell aber auch keinen Grund, da nach unten zu fallen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass wir es einzeigen. Wir haben hier unten immer noch unser bärisches Tag, warum auch immer das blau ist. Das machen wir natürlich rot. Und hier oben unser bullisches. Was jetzt eben wichtig ist, sie kommen auf die 57 Cent. Na gut, die 57 Cent, wir hatten jetzt ein High bei 0,56. Das muss also aus einer Periode davor gerechnet worden sein. Und ich habe das Szenario jetzt nicht durchgespielt, aber ich kann euch jetzt aus dem Augenwinkel sagen, dass es dafür eigentlich keinen großartigen Grund gibt für die 57 Cent. ausser eben dieses High, das wir hatten, was dementsprechend auch noch tiefer war. Oder eben hier beim Beginn des Zyklus, wo wir nach unten gefallen sind. Das wäre also dann eigentlich auf diesem Punkt. So, und wenn man natürlich jetzt diesen Punkt hier überschreiten würde, dann würde man also sagen, wir gehen wieder zurück in diese Phase, wo wir hier oben waren, auf dem oberen Trendkanal dementsprechend auch ausarbeiten würden. So, also für mich sind diese beiden Targets viel, viel entscheidender als irgendein Bericht aus irgendeiner Zeitung. Also wir haben hier die 0,32 bis 0,37 Dollar. Also das wäre bei einer Korrektur, sofern wir unterhalb des 0,5er hier performen. Wenn wir es aber schaffen, eben nach oben auszubrechen, aus diesem Trendkanal nach oben und auch noch diese 57,85 hier rüberspringen, halten und dann nach oben kommen, dann sind wir definitiv eher bullisch unterwegs. Und das würde natürlich auch dementsprechend Sinne geben. Die nächste Welle wäre dann wieder so plus minus bei 0,94. Wir müssen dann auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Support und Widerstand suchen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Das wäre bei 0,65 Cent wäre ein interessanter Bereich, was ich gerade sehe. Da hätten wir genügend Attachments, wo wir sagen können, okay, das hier wäre definitiv ein Widerstand wert, den wir natürlich nehmen würden. Da kann man natürlich dann auch hier die R1 betätigen. Das wäre natürlich jedenfalls nochmal wichtig. So, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Denkt ihr, dass hier Ripple als grosser Gewinn herausgehen wird und wir das Target hier oben von 0,85 Cent demnächst erreichen werden? Auch hier hätten wir natürlich noch die Chance, vom Lower Low zum nächsten Higher High zu gehen. Dann sehen wir hier, dann wäre der bis 25. Juni eine relativ breite oder eine relativ tiefe volatile Zone. Das wäre natürlich auch für uns nochmal zusätzlich interessant. So, würde mich also freuen, wenn ich das kommentieren würde. Ich würde sagen, Tschüss aus der Schweiz, bleib gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017